Gleich über mehrere Tage feierte das Evangelische Schulzentrum Muldental in Großbardau sein großes Jubiläum. Denn vor nunmehr 20 Jahren wurde die Schule gegründet und kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückschauen, die einst ganz klein anfing. Als Eltern 1999 eine andere Art von Schule haben wollten und spontan entschlossen, mit zunächst zwölf Schülern einfach eine neue zu gründen. Es sollte auch nicht mit dem evangelischen Glauben verbunden sein, deswegen evangelische Schule. Und die Eltern haben einfach losgemacht. Ja, wir gründen das, haben ein Gebäude gefunden in Döben und haben eine Schule genutzt, lange Jahre. Dann wurde es aber in Döben zu klein. Zum Glück fand sich 2006 ein geeignetes Gebäude in Großbardau, nämlich das der ehemaligen Schule. Es konnte also umgebaut, ausgebaut und erweitert werden, sodass heute insgesamt 350 Schülerinnen und Schüler an der Grund- und Mittelschule sowie am Gymnasium hier zur Schule gehen können. Und es wird nur weitergehen. Wir werden uns auch noch ein bisschen vergrößern. Wir haben hier die Container stehen, die müssen weg. Deswegen braucht es einen Anbau, den wir gerade in der Anfassung haben. Also es geht immer weiter. So eine Mammutaufgabe macht sich natürlich nicht von allein. Und so sind auch zum bunten Jubiläumsprogramm am 28. September viele Eltern, Schüler und Pädagogen mit von der Party gewesen, um den Gästen einen schönen Nachmittag zu gestalten. Egal ob Aufbau, Kuchen oder Getränkeverkauf, viele helfende Hände waren im Einsatz. Und so sieht Geschäftsführer Nico Kleinknecht auch der Zukunft sehr positiv entgegen, wenngleich der neue Anbau nicht zwangsläufig auch heißt, dass noch viele Schüler hinzukommen werden. Es werden vielleicht 20 noch mehr werden, 20, 30, mehr als 400 werden sie in keinem Fall, weil wir wollen unsere kleinen Gruppengrößen behalten. Nie mehr als 22 Kinder kommen in eine Gruppe, damit die Bindung noch da ist. Und erst Bindung, dann Bildung. Und welche Freude die Jungen und Mädchen an den zahlreichen Angeboten im Evangelischen Schulzentrum haben, das zeigten sie auch auf der Bühne. So lud die Theatergruppe zum Mitmachen ins Taxi ein und auch musikalisch gab es ein kleines Programm. Abwechslung sorgte außerdem noch die Feuerwehr aus Großbadau. Da nutzten viele Kids die Möglichkeit, mal in einem echten Feuerwehrauto zu sitzen. Also rundum ein gelungener Jubiläumstag für die Ausrichter und die zahlreichen Besucher.